Olympia 84. Hier starten die größten, die schnellsten, die erfolgreichsten, die besten Athleten der Welt. Von den Besten der Besten gibt es jetzt bei Duplo und Hanuta Calvin Smith, Cornelia Hanisch, Edwin Moses, Peter Michael Kolbe und viele andere bekannte Spitzensportler zum Sammeln und Einkleben im aktuellen Olympia-Album. Und mit dabei Michael Groß, jetzt aktuell bei Duplo und Hanuta. Perinder, wenn es heiß hergeht, das Letzte aus. Frag nicht lang, geh einfach ran, an dem Geschmack ist alles dran, Perinder. So, gewaschen. Und jetzt konservieren. Mit der Weltneuheit Rex Auto Aktivkonservierer. Einfach auf den nassen Wagen sprühen, abledern, fertig. Das schützt den Lack wie eine zweite Haut gegen jedes Wetter. Deshalb, bei jeder Wagenwäsche, Rex Auto Aktivkonservierer. Was darf es sein? Ich hätte gerne ein Roggenbrot. Ein Vollkornbrot, bitte. Zwei Stücke Butterstreuze. Eine Modenstange, bitte. Bäckerhandwerk. Unentbehrlich für alle. Diese Komfort-Sandale macht Gehen zum Vergnügen. Scholl-Komfort-Rette. Denn tausende von eingeschäumten Luftbläschen in der Sohle der Sandale gleichen jede Unebenheit aus. Scholl-Komfort-Rette gehen und stehen extrem bequem. Scholl-Komfort-Rette jetzt in mehreren Modellen, überall wo es Scholl gibt. Aber Kind, fertig gekauften Fruchtquark, den kann man doch selber machen. Mutti, das ist doch Gervais Obstgarten. Mit Joghurt verfeinert, so sah nicht leicht. Den kann man nicht selber machen. Den kann man wirklich nicht selber machen. Du verwöhnst uns. Gervais Obstgarten, so sah nicht leicht. Den kann man nicht selber machen. Früher lernte man Fliegen nur in der Luft. Heute machen Flugschüler erst einmal einen Trockenkursus. Ein Computer simuliert jede erdenkliche Flugsituation, misst die Reaktionen des Flugschülers und zeichnet sie auf. Computer arbeiten präzise, sind unbestechlich, zu unserer aller Sicherheit. Computer helfen bei der Verbesserung des Verkehrsflusses in unseren Städten, wie auch bei der Konstruktion energiesparender Autos. Mit Computern können wir Reisen buchen und uns sofort bestätigen lassen. Computer dienen uns allen. Heute und erst recht in der Zukunft. Verein Deutscher Ingenieure. Die Sicherung unserer Zukunft betrifft uns alle. Wir brauchen Menschen, die sich dieser Verantwortung stellen. Energie und Technik für unser Leben. Frischer Schwung kommt mit Tiffany. Butter wie Schoppen von Tiffany. Klingt nicht nur gut, schmeckt auch so gut. Butter wie Schoppen. Butter wie Schoppen. Eine Polykurspülung macht Haare außen glänzend und innen stark. Eine Polykurspülung macht Haare außen glänzend und innen stark. Macht Haare außen glänzend und innen stark. Nacht und Tag von Jakobs Kaffee. Die aromareiche Jakobs Röstung macht ihn zu einem echten Kaffeegenuss. Nacht und Tag ist herzschonend entkoffeiniert. Deshalb garantiert er vielen eine ruhige Nacht. Und einen unbeschwerten Tag. Nacht und Tag. Das ist echter Kaffeegenuss, wann immer Sie wollen. Nacht und Tag. Mit dem Jakobsaroma. Wunderbar. Wie kann jemand, der nur 1,65 groß ist, einen unfairen Vorteil gegenüber diesen Jungs haben? Ich rasiere mich mit dem Gillette Kontur. Die nicht. Der Kontur hat den Vorteil des Schwingkopfes. Er rasiert besser als herkömmliche Doppelklingenrasierer. Sehen Sie, die bleiben nicht immer am Bart. Aber mein Kontur passt sich an. Und so bleiben beide Klingen länger am Bart. So bekomme ich eine bessere Rasur. Gründlicher. Angenehmer. Holen Sie sich den Gillette Kontur. Mit dem Konturvorteil. Manchmal hat ein kleiner Vorteil. Eine große Wirkung. Wenn Ihre Katze so ganz plötzlich zur Hauptkatze wird, dann ist garantiert das neue Preggis im Spiel. Denn das finden alle Katzen gut. Unglaublich gut. Das neue Preggis ist ja auch mit viel frischem Fleisch gemacht. Da macht das Klauen Spaß. Und das kann man erst. Katzen wissen, was sie wollen. Das neue Preggis. Fort Sierra. Das Auto der Vernunft 1984 in seiner Klasse. Es macht wieder Spaß, vernünftig zu sein. Hier, Palla. Für alle, die ihre süßen Geheimnisse haben. In Balsen steckt viel Liebe drin. Spannendisk play. Untertitelung. BR 2018